Naja, das ist halt viel lässiger, ne. Große Nummer viel cooler. Das ist halt ein Auto, das du mal rausholst, wenn schönes Winter ist. Ein Highlight. Nicht so ein Puschenscheiß. Ansonsten fahr ich ja auch eigentlich nur Fahrrad. Wenn man will, dass es richtig brachial wird, legt die kleine Schneeflöckchen hier raus. Das ist ein guter Typ, der jetzt für eine angemessene Summe hier ein ordentliches Konzept zusammenstellt, dass das Ding hier auch von 200 auf der Bahn fährt. Das ist mir nicht so wichtig. Hallo. Na, das war schon ziemlich hart. Das Auto hatte ich sechs Jahre lang gehabt. Hab da auch selber echt viel dran gemacht. Und hab mich auch von vielen Leuten helfen lassen. Das war schon ziemlich krass, dass ich das dann auf dem Maikäfertreffen da so spontan verkauft habe. Wir haben halt versucht, den Preis dran zu machen. Und zwei Stunden später war es einfach mal weg. Und ich bin ohne Auto nach Hause gefahren. Ja, Tränen sind geflossen. Ich war sehr traurig. Meine Freundin hat gewehnt. Und ich glaube ein paar andere Leute waren auch ziemlich traurig. Aber ich dachte halt auch, dass diese ganze Sache mit dem Ratten-Style, dass das für mich irgendwann ein Ende hat. Und da das schon eine ganze Weile lief, hab ich mir gedacht, das war's. Lars. Auf der Autobahn, wenn er nicht hier läuft. Die Nadel guckt hier unten beim VDO raus bei 170. Und das ist angenehm. Kannst du Dach außen lassen. Kannst dich ganz normal unterhalten. Und da ist halt Platz. Also hinten sitzen noch zwei Leute sitzen. Okay, hinten drin. Ohne Probleme. Das ist sprach. Derart sei mit der Bedenkünfte. Dann raus. Ich bin fast. Das ist blitzend. Ohne Probleme. Ich bin. Das ist egal. Kannst du mich. Es wird alles. Es wird alles. Die Zeit. Aber es hat. Und so habe ich. fermer. Die Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, dann war ich erstmal von der luftgekühlten Szene ein bisschen weg Gab es 1A-Gölfe, Cabrios, geschlossen in schnell und langsam Geklaut, wieder verkauft und keine Ahnung, was alles passiert ist in der Zeit Eine ganze Menge Und so richtig befriedigt hat mich das aber nicht Bin dann also wieder in der luftgekühlten Szene gelandet Und mein Einstieg war dann 69er Carman Gia Was ja insofern jetzt erstmal nicht das allerschlechteste Auto ist, wie gesagt wurde Der musste allerdings aufgrund von der Familiensituation mal kurz weichen Und jetzt habe ich dieses wunderschöne Exemplar hier Ja 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 Viele kennen ja ihren Autos so hübsch in Namen Wie Wie Hugo oder Hansi oder Mein Peter Mein Auto hieß Rasti Aber nicht weil er so hieß, sondern weil er so war Es war die Erscheinung Das war die Erscheinung.